Hallo, hier ist der Frederik. Ich möchte heute mit euch über das Thema Seele reden. Ja, jeder von uns hat eine, jedes Lebewesen hat eine Seele und unsere Seelen, die wandern, ja, von Leben zu Leben. Und oft genug wird über das Thema Reinkarnation gesprochen, oft genug über das Thema Wiedergeburt. Unsere Seelen werden wiedergeboren, wenn unsere Hülle eines Tages diese Erde verlässt, die Seele bleibt. Und ja, hier ist es so, dass auch oft genug Seelen den Alltag unseres Lebens bestimmen. Unsere Seele bestimmt, ob wir glücklich sind, ob wir traurig sind, ob wir wütend sind, ob wir fröhlich sind. Und unsere Seelen bestimmen auch oft genug über Beziehungen, ob sie gut laufen, weniger gut laufen. Weil das ist eigentlich alles unsere Seele. Und wenn ich einen Menschen liebe oder auch hasse, dann kommt das von der Seele. Und weil jede Emotion von der Seele kommt. Aber unsere Seelen können uns auch steuern. Und fast jede Krankheit, die es gibt, außer jetzt vielleicht Corona oder auch HIV, weil das ja Viren sind, fast jede Krankheit wird von den Seelen ausgesteuert. Oder von unserer Seele. Und geht es uns schlecht, geht es uns nicht gut, dann geht es auch irgendwann mal auf unsere Hülle über, also auch auf unseren Körper und wir bekommen mittlerweile die Krankheiten von Arthritis oder auch von Gicht oder auch von Krebs oder Schlaganfälle, Herzinfarkte. All das wird in den meisten Fällen von der Seele ausgesteuert. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass unsere Seele gereinigt ist. Dass unsere Seele frei von negativen Ereignissen, von negativen Wellen und Schwingungen sind. Und das ist genau das Problem. Oft genug beschäftigen wir uns zu wenig damit. Und wenn, dann kommt einfach nur die Frage nach dem Warum. Warum ich? Warum trifft es mich gerade? Und oft genug ist das die falsche Frage. Die Frage sollte lauten, was kann ich dagegen tun? Und dann ist es oft genug so, dass wir vor einer Wand stehen, vor einem Berg stehen, den wir nicht erklimmen können. Und da würde ich dir gerne zur Seite stehen. Da würde ich dir gerne Wege aufzeigen oder euch gerne Wege aufzeigen, die es uns möglich machen, anhand der spirituellen Welt, diese Barrieren zu nehmen, zu beheben. Nur jetzt kann ich keine Hexerei hier einsetzen. Ich brauche dich mit dafür, euch mit dafür, um genau diese Barrieren zu beheben. Weil für jeden ist das eigene Problem das größte. Und ich würde gerne mit dir, mit euch gemeinsam, dein, euer persönliches Problem lösen wollen. Gerne freue ich mich, wenn du, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmt. Ich kann euch sagen, ich kann dir sagen, dass wir oft genug eine Lösung finden, was ich dir oder auch euch sagen kann, dass wir gemeinsam alles daran setzen, um dein Problem, euer Problem zu lösen. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Kontaktaufnahme und wünsche dir, wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute bis dahin. Euer Frederik Ich durche dich mit mir über die Kontaktaufnahme